Können wir machen Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen Was ist das für scheiß Snapper, die ihr hier verkauft Du wirst taub, wenn auch die Schusswaffen hochgestellt werden, wenn du den Sound hochstellst Ja, ne, du kannst doch SFX-Lautstärke und Musik und auch Versuch's Ne, warte, äh, egal Ja, dann schieß ich halt mit so, mit so leisen Waffen wie hier Mit Silencer drauf Wie diese Waffe Du wirst doch sterben COPTER Euerster crit zweiter gritt lolz zweiter gritt dritter gritt und den hat eine granate zerfetzt 45 aber ist das leck mich ja auch psychos alter das war ekelig ja aber ich habe mit gritt gesteelt ob es kein gritt ich will einmal in einem weit weit entfernten land du wurdest extrem leise krit ich glaube er erst mal nachladen willst du mich rollen kritiker wird und eigentlich nicht holalalalala jetzt wird es interessant krit doch das hat zwischenstanden zwei krit tot hat machen findest du wo kommt der damage her äh keine ahnung komm mir wird die schädel weg krit krit oh ich bin voll ja stötze ich bin verkaufen gehe was ich glaube darfst die innere arena gar nicht verlassen ja ich weiß man kann die arena nicht verlassen ja krit schaffen wir eigentlich die krit runde zwei von vier ja gut ist was wir laufen daneben fuck der ist nicht tot lol oh la la oh la la nein fast so jetzt gibt es richtig geiler krit so Junge der war nicht getroffen der war getroffen der war gegrittet auch lecker ne auch so zwei drei meter entfernen wir das sniper in den kopf der schwarze kannst du kopf gar nicht so genau treffen das ding streut ja wie sau krit tot krit tot noch zehn ich weiß ja aus der luft geschossen gezählt oder wenn du gegrittet hast und headshot kritzwerk ja ich hab den goliath nicht aus der luft geholt aber ich hab was anderes aus der luft geholt deine nase meine pähne er stand so hoch ok not bad not bad er musste schon zugeben der war er war gut überlegt krit krit hm noch ein krit übrigens so wir haben jetzt vier bei der skoliaths hier rumliegen renn die kotzen sich eigentlich gegenseitig an hier kriegt was zum spielen und krit tot wir können loslegen den einen find ich cooler als den anderen der eine hat den schuborten ich hab dem anderen in den kopf geschossen könntest du da ranliegen weiß ich nicht werfen wir hier ein paar waffen hin ich muss sagen die psycho runden kacken mich echt an und aua und aua meinst du weil die halt im nahkampf gehen ja du kannst nicht so gut im nahkampf wirst ok hast du hundert prozent daran liegen können dass du eine berserker klasse bist und ich nicht ich habe einen runter geschossen aber nicht den kopf da ja bringe ich öfters mal die leute raus sniper alter der nomade hat ja mega viel leben welcher äh 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 ähm müsli ich weiß noch was die shotgun action äh 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 schweiß dass du dich so schnell nachladen d den hab ich gekrittet war ja ne paar waffen liegen lassen die wir mitnehmen können später das ist vielleicht voll ne ja Ja. Ja. Das ist kackbar. Schild euch. Nee. Schildkapazität 350, äh, plus und zwei, plus zwei Entschädigungs. Bei dir. What? Äh, wach, äh, Klassenmonster, Schildkapazität und plus zwei Entschädigungs. Ach, scheiß drauf. Okay. Wie du willst. Ach, du weißt, das wird hier richtig würfeln. Was machst du denn da? Hier ist ein Aufzug, ich will wissen, wo der hingeht. Okay. Dann guck ich mal kurz auf meinem Handy, wie viel... Ah, lol, hier kann man dir zuschauen. Interessant. Ich weiß ja, dass mich zu bewundern ziemlich cool ist, aber... Wir wollten eigentlich kämpfen und... Digga, jetzt pack deine Eier mal wieder in den Sack. Julian, nein, ich fand das über einen Kommentar erwähnt. Aha. War das etwa der mit, äh, lol? Kommt die auch jetzt schon an bei dir? Ja, den hab ich doch vorhin gelesen, Bob. Ich hab's sogar kommentiert mit... Stimmt doch. Ist doch wahr. Wie gesagt, stell dir lol mit Voice-Chat vor. Wäre schlimmer als... Egal welchen Shooter. Wäre lol das viel Schlimmere. Das würde... Das würde alle... ...alle zu sehen... ...mit das, ähm... ...das Shooter, die, äh... ...die Kinder und so, ähm... Digga. Lass auf Gritscheißen einfach die Dinger runterkillen. Grit. 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 Komm wieder. Das ist voll easy. Alter, geh einfach genau vor die... ...vor die Gegner. Und no scope, weil lass du den einfach direkt in den Kopf. Lüft immer. Mhm. Soll die, die weit weg stehen? Warte, dass der rauskommt. Back. Hab ich dir gesteilt, wa? Nein. Nein, nein, gar nicht. Oh mein Gott. Oh, ich hab ein Problem. Wer der Skull hat. Ein rasender, schwerer Skull. Hör mal. Lass mal alle Goal jetzt gehen. Guck mal zu, wie du weißt du so. Ah, wo ist die Fighters schon welche? Ja, ich mit ihm. Nein, das sind zwei andere. Guck mal zu. Guck doch mal da. Ah, der eine ist noch normal. Oh. Ne? Niko, mach das, was du am besten kannst. Bring ihn zum Ausresten. Das mach ich die ganze Zeit schon. Da müsste bei dir eigentlich einer angekommen sein. Ja, da ist auch einer. Er ist noch ein zweiter Rett. Lass mal den schweren Goal jetzt einfach mal gucken. Wie viele, was der wird, wenn er noch ein paar Gegner tippe. Ich kann nicht lustig. Ich will das nicht und nicht. Ich will das nicht nachher. Ich will das nicht. Hör mal zu. Superschecks. Das ist ja der Roche. Hör mich. Ich will die. Hör mich. Hör mich. Witz. Ich mein Mann. Kau zu. also ich krieg gerade nicht nur ich würde sagen nach der runde so geht Ah, ich hab jetzt keinen Bock zu snipern, crit, 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 ja, crit, oh, kein crit, kosmetikprodukt oder sowas, oh, das war so geil, weißt du, ähm, in der,